Hallo, das ist der Julius Ringel und das ist Carolin Gilmer und wir stellen euch heute den Ausbildungsberuf Bankkaufmann oder Bankkauffrau bei der Sparkasse vor. Im ersten Lehrjahr bist du auf einer von mehr als 50 Geschäftsstellen in Aschaffenburg-Alzenau eingesetzt und lernst dort den richtigen Umgang mit dem Kunden. Du wirst direkt in das Team der Geschäftsstelle aufgenommen und darfst von Anfang an verantwortungsvolle und vielfältige Aufgaben übernehmen. Hierbei arbeitest du eng mit deinen Kollegen zusammen und benutzt moderne Computeranwendungen zur optimalen Kundenberatung. Bei Fragen zu Ausbildungsthemen stehen dir nicht nur die Mitarbeiter in der Filiale oder Abteilung zur Verfügung, sondern du kannst dich auch an deinen persönlichen Ausbilder vor Ort wenden. Dieser nimmt sich für deine Fragen Zeit und steht dir auch zur Seite, wenn es einmal Schwierigkeiten während der Ausbildung gibt. Oh, jetzt ist schon 12 Uhr. Jetzt muss ich die Geschäftsstelle schließen und kann dann anschließend in die Mittagspauke. Sag mal, Julius, hast du mal eine eigene Beschulung? Ja, aber ich bin jetzt fertig, Mau, Mau. Ich mache jetzt so. Ah, dann machst du. Viel Spaß. Bis bald. Damit der Kunde von dir immer optimal beraten werden kann, benötigst du ein umfangreiches Hintergrundwissen über die angebotenen Finanzprodukte. In zahlreichen internen Seminaren und in der Berufsschule bekommst du dieses Wissen und noch vieles mehr vermittelt. Nach deiner Ausbildung bei der Sparkasse zum Bankkaufmann, Bankkauffrau stehen dir viele verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten offen. Du kannst dich zum Beispiel nach erfolgreicher Übernahme bei der Sparkasse zum Sparkassenfachwirt weiterbilden. Dabei wirst du von der Sparkasse optimal unterstützen. Ich bin jetzt fertig. Vielen Dank. Vielen Dank.